Mimi und Bella Kraus gehen seit Jahren gemeinsam durchs Leben. Die Hochzeit 2014 und die vier gemeinsamen Kinder machten das Liebesglück perfekt. Doch bereits im vergangenen Jahr kam es zur Trennung der beiden. Obwohl sie nach wenigen Monaten bekannt gaben, wieder zusammengefunden zu haben, hielten die Krisengerüchte an. Während Mimis Teilnahme bei Let's Dance 2023 zeigte Influencerin Bella eigentlich noch ihre Unterstützung für ihren Mann. Doch nun scheint es so, als sei das Liebesglück der beiden endgültig erloschen. Beide verbringen gerade getrennt voneinander Zeit. Während Bella zu Hause ist, entspannt Mimi derzeit im Urlaub auf Teneriffa. Doch dort ist er nicht alleine, wie aufmerksamen Social-Media-Usern aufgefallen ist. So befindet sich auch Playmate Julia Römmelt derzeit auf Teneriffa. Die Pool-Ligen, die auf Fotos der beiden zu sehen sind, scheinen tatsächlich die gleichen zu sein. Außerdem wollen einige User Mimi Kraus im Hintergrund von Julia Römmels Story erspäht haben. Julia Römmelt bestätigte erst kürzlich die Trennung von Marcellino Kremers. Ob sich Mimi und Bella Kraus nun tatsächlich getrennt haben und Mimi in Julia bereits eine neue Liebe gefunden hat, wurde beides bislang nicht bestätigt. Vielleicht verbringen sie auch nur als gute Freunde gemeinsame Zeit im Urlaub. Oder alles ist nur ein großer Zufall. Untertitelung des Zufall